Willkommen hier zurück bei, ja, Separate Ways und die Aufnahme ist, wie soll ich das sagen, mehr als cursed aktuell, denn, äh, ja, aus irgendeinem Grund ist eben der Kronek abgekackt und der hat mir mittendrin die Aufnahme zerschossen. Das heißt, es fehlen jetzt ein paar Minuten, äh, ich versuche mal gerade zu rekonstruieren. Also man sieht hier, ich habe hier die Krone nicht mehr, weil ich habe, unten bei den Stampfern, ich zeige auch gleich wo, habe ich einen Saphir gefunden, den habe ich runtergeschossen, den Smaragd, Entschuldigung. Grün, Smaragd und habe die Krone verkauft, habe noch meine Waffen ein bisschen getunt damit, weil 100.000 kriegt man ja für eine Krone. Und ich habe einen der Novistadores gefunden, der hing auch unten bei den Stampfern. Die hängen nämlich einfach nur getarnt an der Decke und man kann die runterschießen. So, und der dritte müsste ja dann laut Adam Riese irgendwo auch hier hinter den Stampfern dann, denke ich mal, sein. Ich weiß jetzt nur gerade nicht wo, also hier habe ich schon geguckt eben, da hingen, wie gesagt, warte mal, kann ich euch das gerade? zeigen, wo der Smaragd hing, äh, war das auf der Seite oder war das hier? Warte, ah man, ich ärgere mich gerade so, dass die, dass die Aufnahme im Arsch ist. So, genau, hier, hier hingen, an diesem Ding hingen der, der Smaragd, den ich eben geholt habe. So, und hier ist doch bestimmt irgendwo... Ja, guck mal, da, da hängt der nächste Insektoid, der Novistador, warte mal, äh, da. So, die muss man nämlich einfach nur runterballern und dann ist hier Feierabend. So, äh, ich wechsle mal gerade auf das andere Zielfernrohr. So, wegen den Kollegen hier. Ach, das zoomt gar nicht mehr ran, ich dachte, das zoomt mehr ran. So, wie sich da einfach nicht wundert, ne, so ein bisschen. So, ach, guck mal da. Ja, für dich habe ich was. So, gib mir mal, gib mir mal. Hallo, hä, wieso kann ich das Schild nicht, das kommt noch gerade. Wahrscheinlich ein bisschen Abstand halten. So, gib mal her. Was nehme ich so lange? So, ich glaube, der kommt gerade hier runtergerannt, ne? Ach, guck mal hier. Klömmel. Das ist aber nett, dass er mir hier auch Köppe hier entgegenstreckt. Wo kommt der da unten jetzt noch her? Ah, hallo. Natürlich hat er den noch durchgezogen. Was? Wo kommt denn der jetzt noch her? Ich habe doch gerade alle abgeschossen, dachte ich. Dem war wohl nicht so. So, da kommt noch ein... Was? Imposible? Na, das ist ja, dass es possible ist. Da oben war noch ein Fass, glaube ich, ne? Habe ich gerade gesehen. So, Aufnahme läuft. Ich muss mal gerade ein bisschen im Auge behalten. Die ist vorhin bei Minute 5 oder so ist die in etwa abgekackt. Abgekackt. Aua. Ist der andere auch gestorben? Ja, Gott sei Dank. Okay, das läuft ja schon mal ganz gut. Aufnahme läuft. Ich muss das jetzt, wie gesagt, mal gerade ein bisschen im Auge behalten. So, warte. Wir müssen noch einen Novistadorf... Ach, guck mal da. Muss ich jetzt... Aber nicht nochmal zurück, ne? Wir sehen den Händler ja bestimmt nochmal unterwegs. Also, ich würde jetzt nicht nochmal zurückgehen. Wir haben ja die Aufgabe gemacht. Warte. Ja. Gut, das wollte ich wissen. Dann gehen wir jetzt Krauser weiter hinterher. In der Hoffnung, dass wir ihn noch kriegen. Aber gegen ihn kämpfen tun wir doch, glaube ich, nicht, oder? Also, ich meine... Leon bringt ihn ja um. Das machen wir ja nicht wir. Wir könnten höchstens ihm hinterher, aber... Wir haben ja nicht mehr auf den anderen Stadion, Rambor. Ashley! Man, der Krauser, ey, der ist ja... Boah, ich wünschte, man könnte jetzt hier durchgucken. Kann man nicht, ne? Ich wüsste gerne, ob das jetzt nur die Geräusche sind oder ob man da auch einen Kampf sieht. Aber ich glaube... Ja, Leon macht das schon. Ich habe das ja alles schon erledigt. Also, Leon macht das. Ne, da wird wahrscheinlich einfach nur ein Soundpfeil ablaufen. Und ich glaube nicht, dass die da wirklich kämpfen. Das fände ich zu witzig. Ach so, ja. Ich dachte gerade, was ist das für ein Geräusch? Äh, so. Ähm, kann ich noch irgendwas bauen? Ich versprengfeile oder... Blendgranate habe ich zwei Stück gerade. Gewehrmunizierung könnte ich mal machen. Und dann mal ab dem Krauser hinterher. So, habe ich alles nachgeladen? Ich muss mal gerade gucken. Ich habe das ein bisschen vernachlässigt, ehrlich gesagt. Ach, hallo. Was ist eigentlich seine Aufgabe hier? Ich verstehe immer noch nicht so ganz, warum er selber auch hier rumläuft. Also, ich verstehe es wirklich nicht. Ne, weil der sitzt ja eigentlich, äh, im Hauptspiel sitzt der ja in seinem Kämmerlein. Und in seiner Kommandozentrale oder was auch immer. Mein Gott, die gehen ja wieder alle ab hier. Ähm, aber er war ja jetzt drüben in der... Ähm, als wir in der, äh, in der Burg waren, ist er uns ja begegnet. Deswegen frage ich mich, was, was er hier macht. Aber vielleicht ist er auch einfach nur da für den Fall, dass Ada scheitert. Ach komm. Ja, ist gut. Ja. Es war sehr dumm, die Schleichaktion. Ich vergebe es ja zu. Oh, danke, dass du das Fass aufgemacht hast. Ne, das war nicht so geil. Lass mal stecken. Und du bleibst mal liegen. Ach, Mann. Ja. Leider, 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 leider haben wir es befürchtet. Und ist es auch eingetreten. Dafür kriege ich aber die Muni wieder zurück. Das ist gut. Hey. Guten Tag. Moin. Ah. Hatte mich erschrocken. Junge, hat die mich erschrocken. Ich hab grad... Junge, was zum... Ach. Denkst du an nichts Böses und dann kommt da eine Taschenuhr von der Decke gefallen und hier eine angerannt. Alter. Die war aber auch grad so... Hey. Entschuldigung. Einfach nur geil. Ah, schön. Das war schön. Das hat mir gerade Spaß gemacht. So, was war das für ein Geräusch gerade? Ah, mein Gott, ey. Ich hab immer noch die Munition für die Schrotflinte. Ich weiß gar nicht, ob ich die Schrotflinte noch benutzen soll. Ehrlich gesagt. Waren hier nicht eigentlich Ritter? Also bei Leon kommen hier Ritter. Bei ihr nicht. Das ist ja seltsam. So, ich mach jetzt mal... Ich würd gerne meine maximale Gesundheit noch erhöhen. Ich nehm das jetzt mal nicht. Ich spar jetzt mal grad ein bisschen Heilung. Gebt ihr mir eigentlich irgendwas? Ne, ne? Jetzt hab ich Leon die Quest versaut. Ah. Sind doch Ritter da. Achso. Ich dachte gerade... Ich hab ganz kurz gedacht... Ich hab's nicht gelesen. Ich hab's nicht gelesen. Aber U3 haben wir ja gekillt. Hallo. Leon. Ah, verdammt. Schaut für etwas? Ach, schön. Ich mag's. Und sie hilft uns. So, Schreibmaschine. Ähm, Schreibmaschine. Leb wohl, Don Quixote. Ja, ihn haben wir leider nicht mehr gesehen. Oh, hatte ich mir die eigentlich schon mal angeguckt, die Ergebnisse? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr. Warte mal, Schreibmaschine. So, ich speichere mal gerade. Für Kapitel gibt's eigentlich mit Ada. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Komm, gucken. Ich weiß es nicht, besser die sprechen, sondern nicht so nah. Ich gehe mit Du hast etwas zu sagen. Ich habe etwas zu fragen. Aber ich glaube, dass ich eine straighte Antwort bekomme. Raccoon City. Du weißt, nach dem Fall, der Welt verändert. Ich versuche, dass eine Person eine hunderte Menschen sterben. Ich glaube, dass ich auch verändert. Du? Leon S. Kennedy. Du hast nicht verändert. Du denkst, du hast. Also hier ist meine Frage. Du verändertest du, Ada? Oder du versuchen, mich wieder zu nutzen? Was denkst du? Wir sind hier. Du denkst nicht zu hart, Handsome. See you later. Die Geschichte meiner Leben. Na, schau mal einer an. Sie hat ihm auch einen Peilsender verpasst. Die Geschichte von der Welt. Ich komm zurück in meinem Leben. Ich bin ein guter Moment. 雪... Ich bin ein guter Mensch. Ich bin ein guter Typisch. Ich bin ein guter Typisch. Ich habe mich verwrahlt. Ich bin ein guter Typisch. Ich bin ein guter Typisch. Not yet. Whose blood are you here for this time? Mine or Sadler's? That all depends on you. Change of plans. Of course, you're free to refuse. Think that gun's gonna be enough? Interesting. Okay. I'll do it. But, cost you extra. Wise decision. Send you the new coordinates. And remember, I do not like... Waiting, I know. What is there? What is there? I've got a way to go. Warte mal, have I that thing here irgendwo im Inventar? Natürlich nicht. Was hat der mir da gegeben? Das sah aus wie ein riesiges Tablet. Aufträge? Ja. Boah, ich will mit Wesker einen Abschnitt spielen. Zur Funkzentrale gehen. Ach, guck mal, wer da vor... Sehr, 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 sehr dezent. Wenn ich das mal so sagen darf. Die Musik geht ja wieder vollkommen ab hier. Hat der jetzt... Der hat jetzt nur auf seinen Einsatz gewartet, ne? Na klar. So, bleib mal da stehen. So, vielen Dank. Ich muss gleich mal das Messer reparieren. Ich hab... Oder hab ich denn... Hab ich wieder... Ich hab keine Stiefelmesser mehr, ne? Und ich hab mich sehr darum bemüht, das Messer zu leveln in Sachen Haltbarkeit. Mach ich auch mein Haupt. Boah, ich will mit... Ich will mit Wesker ein DLC oder eine Kampagne spielen, Mann. Das wär so geil, wenn das irgendwie gehen würde. Ich bin echt mal gespannt. Ah, komm. Ihr habt euch alle sehr dezent hier versteckt. So, da oben geht's auch noch lang. Warte mal. Zeltlager. Was ist denn... Zwischenziel? Was ist... Und warum geht die Musik hier schon wieder so ab? Ach du Scheiße. Wie viele Wege kann man bitte haben? Warte. Oh, was liegt denn da? Ja, komm. Ich mein, Wesker wollte zwar nicht, dass er so lange warten muss, aber... Wir nehmen uns mal die Zeit, ne? Ey, sind noch zwei weitere Spinde. Die kann sie nicht aufmachen, oder was? Das ist ja wohl frech. Also, da muss ich aber mal... Das ist ja... So, Sprengpfeile. Oh, ja. Da kannst du aber ein Gift draufnehmen, dass ich die mache. Naja. Guten Tag. So. Ach, das war der, der hier stand. Okay, sehr gut. Da geht es aber irgendwie nicht weiter. Ah, schau mal einer an, wer hier ist. Oder auch nicht, besser gesagt. War hier schon die Szene? Müsste eigentlich... Eigentlich schon, weil... Der geht ja dann... Der war ja eben da... Schon bei den lilafarbenen Vorhängen, ja. Sag mal, wie habt ihr denn jetzt so schnell hierher gefunden? Kann mal einer taumeln? Irgendwie hat irgendwie keiner... Es hat keiner mehr Bock heute zu taumeln hier. Boah, sind die zäh, ey. Die waren ja bei Leon schon zäh, aber das hier... Scheiße, das war so mein Messer. Händlatschan. Die Haltbarkeit vom Messer ging jetzt aber ganz schön schnell runter. So, warte mal gucken, können wir hier noch was runterballern? Mir ist das hier noch ein bisschen zu wenig Sachen gewesen. Wieso gehen wir jetzt eigentlich hier in die Richtung? Aber wir haben ja dieses Teil... Oh, wir haben ja dieses Teil bekommen von Wesker, was wir damit auch immer machen sollen. Zur Funkzentrale gehen. Aber wieso? Ah, den Helikopter? Nee. Der Helikopter kommt von Hannigan. Hä? Was machen wir denn noch? Was ist denn unsere Quest? Hier geht's ja gleich richtig zur Sache, ja. Ach, hallo. Ach, hallo. Nett, dass ihr mal vorbeischaut. Ah, da muss Händlatschan. Gut. So, warte noch nicht. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Alexandrit. Er ist alles schön einsammeln. So, und ich sollte mich nicht zu früh freuen. Ich hab nämlich gerade gedacht, hm, Regeneradores haben wir noch gar keine gehabt. Ich brauch auch ehrlich gesagt keine mit Ada. Ich hab allerdings das stumpfe Gefühl, dass wir wahrscheinlich doch noch auf welche treffen. Ich weiß nicht so recht, warum. Oh, nee. Ja, ich seh schon, was da vorne abgeht. Das wird gleich richtig übel. Ja, das hab ich. Werde ich auch gleich direkt investieren. Oh, Junge, das wird gleich so zur Sache gehen. Warte mal, die Abrissbirne, hat die schon zugeschlagen? Wahrscheinlich, ne? Müsste ja. So. Dafür reicht's leider nicht. Dafür haben wir wahrscheinlich einmal zu viel was gemacht. Carbon, ach so, das sind diese... Das ist gut, wenn ich so meine Zähne bin. Ich könnte jetzt noch einen Armreif, oder einen eleganten, oder einen prächtigen, oder so, und dann die da einsetzen, aber ich weiß nicht, ob ich das will. Die Taschenuhr können wir verkaufen, den Rohkristall. So, Alexandrit hab ich noch. Die Flinte werde ich, glaube ich, nicht mehr benutzen, oder? Ich kann mal gucken, wenn mir gleich Kohle fehlt, dann werde ich das noch verkaufen. So, erst mal hier. Das ist eine gute Arbeit, wenn ich so meine Zähne bin. All meine Wäser sind in Tiktok-Tiktik, ich versuche mir. Die Information ist eine Komodität, heute Morgen. Da ist ein kleines Schlüssel, habe ich noch, brauche ich nicht. Prächtiger Armreif, wie viel, wie viel... Da kommen zwei von denen, warte mal, ich habe... Alexandrit, ich könnte einen roten und einen Dings da rein machen, warte mal. Oh, ich wusste, du wählst diesen, ich habe ja sowieso keine Verwendung mehr für die Spinelle, deswegen mache ich das. Ach, die Seidenkristalle hat er unendlich. Ja, das ist ja natürlich, das ist natürlich super. Okay, pass auf, dann mache ich mal folgendes. Habe ich jetzt eben nicht noch einen roten gekauft? Ich dachte, ich hätte den gekauft. Na, warte. So, Beryl. Okay, dann hier den rein. So, 20.000 gibt es noch. Und den Seidenkristall können wir verkaufen. So, geil. 20.000 nochmal auf... Auf lau Tasche, also auf lau. So, und dann würde ich nämlich gerne... Äh... Dafür reicht es leider nicht. Eine well-tuned Weapon kann für eine... Lack of skill, Freund. Finden wir noch Messer? Ich... Ich bin mir unsicher, ob ich das Messer leveln soll. Ich bin mir wirklich sehr, sehr unsicher. Das hier bringt fast nichts. Ich würde die halt gerne noch auf Maximum bringen. Ich glaube, ich spare mal und werde dann die... und werde die Dings noch auf Maximum bringen, die, ähm... die Armbrust. Ich glaube, die wird uns am Endkampf wirklich den Arsch retten. Ich hoffe, sich auszudrücken. Hallo, Freunde. Ich bin's. Ui, guten Tag. Ja, ich glaube auch. Ähm, warte. Wir haben... Sehr gut. Wir haben eben nämlich gespart. Das heißt, wir können das jetzt hier benutzen. Ach, guck mal, da ist noch ein Fässchen. So, guten Tag. Wollt ihr mal kurz herkommen, bitte? Vor allem der Große. Oh, hallo. Ne, 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 ne. Das hättest du wohl gerne. Not this time. So, wo sind denn meine Blitgranaten? Da. Oh, das war eigentlich anders geplant, aber es war trotzdem ganz gut. Da müssen wir mal gerade einen Oberblick verschaffen hier. Oha. Oha. Das hat weh. Ähm, kannst du... Hey, da, kannst du... Bitte runterspringen. Danke. Was war denn das gerade für eine verzögerte Nummer? Oh, ich hab kein Heilspray. Ich hab ja gar nichts mehr. So, hab ich nicht eine schwere Granate eben gefunden? Ne, eine kleine. Aber ist egal, die nehm ich auch. Oh. Verdammt. Rödelbärth. Kein, ob ich jetzt auf Rödelbärth kam, ist aufpassen, dass von hinten keiner kommt. Deswegen renne ich mal gerade wieder weg. Ah, schade. Ich dachte, ich könnte so eine so eine Kombo hintereinander machen, aber es hat leider nicht funktioniert. Nee, das läuft nicht. Okay, dann Ach, verdammt, wieso hab ich denn jetzt nicht die Blendgranate ausgerüstet? Junge, ich bin gleich leer. Wie Bob und Rocksteady. So. Wer war noch mal wer? Ich hab keine Ahnung. Jetzt krieg ich natürlich die ganzen Edelsteine hier noch, ne? Die ich mir eben schön gekauft hab. Die liegen jetzt hier einfach so rum. So, war's das jetzt hier? Ich hoffe. Einung gab's hier natürlich wieder keine, ne? Nee, Heilung gab's hier tatsächlich irgendwie gar nicht. Das ist natürlich nicht so gut. Ah, da oben vielleicht noch. Puh, Gott sei Dank. So, da geht's weiter. Gar nicht auffällig. Was haben die denn hier gemacht? Lichtschlauch aufgehängt? Was, was ist denn hier? Das hab ich ja noch nie gesehen. Okay, ähm, ich kann, ja. Ich mach mal eine. Ich lass mir mal noch ein bisschen. Ich hab mir den Lichtschlauch aufgehängt. Warum? Voll romantisch. Oh, warte. Schade, ich dachte, da steht einer. Es sah kurz so aus im Vorbeigehen. Okay. Irgendwie hatte ich hier noch ein bisschen was, naja, gut, egal, wir gehen mal weiter. Ich habe die Medizin in der Zeit genommen genommen. Kannst du dich stehen? Wo ist Luis? Er ist über dich bis zum Ende. Hättet man mit... Moment. Ada, komm in. Es ist ein Lab, wo wir die Parasiten entfernen können. Ich hatte eine verrückte Hunde, dass du, wo es ist. Seine wichtigste Fasilien sind die Haus und ihre Sanctuary auf dem Topf der Mauten. Das ist, woher ich bin. Ada, die Encyclopedia. Glück, zu helfen. Jetzt verdient du mir. Warum? Warum war da jetzt kein Bild? Das war doch... Ach, wie du stirbst. Oh, sie macht sich Sorgen. Oh. Ähm, eigentlich war doch... Äh, eigentlich war da doch ein Bild. Also hätte da sein müssen. Oh nein, oh nein, nein, oh nein, ich will hier nicht rein. Können wir nicht außenrum gehen? Och, ach man. Ich will nicht gegen diese versch... Regeneradores kämpfen auch noch. Aber wir haben ja, wir müssen wahrscheinlich, weil wir haben ja, äh, das, ja, Zielfernrohr auch dabei. Das war nicht nur für die Novistadores, das wird auch dafür sein. So, was haben wir hier? Abgehört, Schmuckkäfer... Was? Schmuckkäfer sind jetzt wieder in. Angeblich wirken sie am besten, wenn man sie sich paarweise ansteckt. Glaubst du, du könntest mir zwei besorgen. Einer soll auf dem Sezierstation in Trakt 1 sein. Der andere wurde wohl gestohlen. Na, du findest sie schon. Trakt 1. Ich will nicht in den Trakt 1. Wer will das schon? Niemand. Ja, und ich hab nix mehr zum kombinieren, ne? Äh... Was macht denn das Messer? Das Messer? Dem Messer geht's gut, ne? 49.000. Ich hab jetzt nicht so viel gefunden, eben. Ich brauch noch 11.000. Ich brauch noch 11.000. Hast du irgendwas Neues? Irgendwas... Nö. Was war eigentlich das hier noch? Ach, der Schießpulververbrauch. Okay. Um eins. Ja, naja. Ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist. Ach, da könnte man wieder hoch. Cool. Schießpulververbrauch sehe ich jetzt nicht. Oh je, das... Oh nee, ich weiß genau, was hier gleich passiert. Hier werden wir wahrscheinlich die Regeneradores treffen, aber Leute, das machen wir erst in der nächsten Folge von Separate Ways. Dann, bis zur nächsten Folge. Bis dann.